Die Menschheit ist aufgelöst in 4K, bin mehr als nur ein Schatten meiner Person in der Firma. Wirkliche Veränderung wäre ein Verbot für die Plastiktüte, denn umweltbewusster leben ist die heutige Attitüde. Also führe ich mich jetzt mal ein bisschen auf wie ein Pädagoge und Demagoge. Sehe ich Posen auf Instagram, bin ich gleich wieder in Denkerpose. Ich will die Dinge lieber mit Worten als mit der Faust regeln, das ist für mich eine Faustregel. Lasse mir nichts rein und nichts rausreden, möchte über den Wolken aber nicht in einer Cloud leben. Bin ab und an mal festgefahren wie Bagger im Moor. Bei allem was ich tue habe ich Mama und Papa im Ohr. Zwischen den Schwarzen und den Weißen bewege ich mich in der Grauzone. Wir bilden den Strom wie die Braunkohle. Der Staat sinkt mehr Arme zum K.O. als Mohammed Ali. Die Leben verschwimmen zwischen Rom und Bacardi. Gestern zu viel getrunken. Deshalb bin ich heute in Gedanken versunken. Einmal bin ich fast ertrunken. Die Zeit ist relativ gut, denn Tage vergehen wie Sekunden. Geschärfte Blicke auf die Welt sind nicht so schnell zu finden. Wer der Wahrheit nicht ins Auge sieht, wird an seinen Lügen erblinden. Keine Bindung zu Mitmenschen, aber kann mich mit dem WLAN verbinden. Denn meine Konzentration muss noch voll und ganz verschwinden. Ich tippe lieber als mich festzulegen. Es täte manchmal besser einfach wegzusehen. Bei dem ganzen Zirkus da draußen will ich nicht der Clown sein. Sehe die Arme der Reichen und will nicht in ihren Clown sein. Zwischen den Schwarzen und den Weißen bewege ich mich in der Grauzone. Wir bilden den Strom wie die Braunkohle. Der Staat sinkt mehr Arme zum K.O. als Mohammed Ali. Die Leben verschwimmen zwischen Rom und Bacardi. und der Leipzig.